Musik Am Sonntag, den 30. März, fand die alljährliche Verpflichtung der Jugend statt. So wie hier in Berlin wurden im ganzen Reich über eine Million 14-Jährige des deutschen Jungvolkes und des Jung-Mädel-Bundes in die Hitlerjugend und in den BDM überführt. Der Reisjugendführer Arthur Axmann, der die Verpflichtung der Jungen und Mädel vornahm, schloss seine Ansprache mit den Worten Ich bin überzeugt, dass ihr im Hinschauen auf den Führer das erfüllt, was euch das Herz befiehlt. Musik Die Jungen und Mädel geloben feierlich in der Hitlerjugend allzeit ihre Pflicht zu tun, in Liebe und Treue zum Führer und zur Fahne. Die Reishauptstadt in Erwartung des japanischen Außenministers Matsuoka. In den Straßen Berlins drängen sich Hunderttausende, um dem japanischen Außenminister einen herzlichen Empfang zu bereiten. Musik Die geschmückte Vorhalle des Anhalter Bahnhofs. Musik Der Reisminister des Auswärtigen von Ribbentrop begrüßt den Hohen Gast auf dem Bahnsteig. Neben dem Minister Generalfeldmarschall Teitel, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Der japanische Botschafter in Berlin, General Oshima und Berlins Gauleiter, Reichsminister Dr. Goebbels. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Führer empfängt den japanischen Außenminister zu einer längeren Aussprache. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Besprechung über die schwebenden politischen Probleme verlief im Geiste der herzlichen Freundschaft, die Deutschland und Japan verbindet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020